Skype-Gespräche So, Aufnahme läuft jetzt, Boys. Ja, bei mir auch. We're going to be famous, guys. So, that's our new Let's play on English. Let's arm, let's arm, my friends. Yeah, this is my friend, this speaking guy is my friend Fredelini. Ich grüße dich da, ich grüße dich da. Mein Name ist Adam. Wolfgang. Wolfgang. Then there's my other friend Kai and there's another mate named Luca. And Lars. It's Schnabeltier. And Kai Today, or now, in Schnabeltier Ich grüße dich. Ich grüße dich, ich grüße dich. Ich grüße dich, ich grüße dich. So, yeah. Ich grüße dich. Guck, 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 guck. Ich grüße dich, ich grüße dich. Mit Herz in der Z-Punkte. Ich grüße dich, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich. Ich grüße dich. Ja, Englisch ist rein, ich hab's gleich Texanisch. Ist das Oxford? Nee, nicht Oxford. Ja, Oxford, Englisch ist fertig. Mein Englisch ist ein bisschen wie ein Texan... Elephant. Texan. Ich spreche mehr als ein Texan. Junge, hier unten ist Adam in seinem Latex-Anzug. Oh, I like my Latex-Suit. It's quite, quite, um... tight. Around my walls. Like you. Like me. Not anymore, but you were somewhere. There is one in the tower. Please. Oh, du hörst dich an, wie so ein Scheiß, äh... Oh, shit. I'm a boat. Oh, nee. I'm a pilot. Yeah, welcome to the flight. New West Germany until... Twin Towers in New East City. Das Leben macht den Kopf kaputt. Just kidding. Ah, I'm more like an... Ah, alles klar. Wer geht wohin? Ich geh B. I'm going B2. No, no. I'm going Dropper. Ehhh... Erren... Schnauze. Die sind hier... Schnauze? Wollte sie sagen, der Deutschen Einheit, ja? Oh, Tag der Deutschen Einheit. Da müssen wir natürlich Deutsch-Recken im Ur-Dreutschen-Akt sein. Die gehen Mitte, 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 Mitte. Ähm... Ja, ja. Sieht. Da ist ne Granate im Dropper. LOL! Und da kommt die Granate im Dropper. Mann. Hey, der Schlocker-Nein mit nem One-Hit in den Deadshot. Oh, dann snick mir den halt weg, den würde ich machen für die Arschloch. Da ist einer Aufspot. Da sind zwei. Zwei. Schau mal bitte kurz deinen USPS an, Frederic. Oh, Alter. Sieht echt nice aus. Ja, wahrscheinlich! Ich hab vergessen, zwischen dem Schießen zu warten. Pssst. Oh, und der Lars hat vergessen, zwischen dem Schießen zu warten. Da sehen wir unseren Main-Player, Fredilini, in seinem Match. Und der war der Headshot. Es ist von meiner Seite aus. Das war eine einfache Runde für Freddy. Und jetzt kommen wir zum Diffuse. Macht ihr den Diffuse? Noch 9 Sekunden, 8 Sekunden. Oh, Moment. Soll ich nochmal abbrechen? Soll ich nochmal abbrechen? Soll ich nochmal abbrechen? Digga! Digga! Schau, ob ich jetzt lasse! Erzieht euch. Easy natürlich. Keine Herausforderung für unseren Main-Counter-Strike-Player, Freddy. Da kommt dieses neckische Grinsen in seiner kleinen, blonden Hackfresse. Ja, wahrscheinlich tut er das. Ja, okay. Wie kann man so viel Scheiße labern? Ja, auch so Scheiße zu labern! Ja, ich kann ihn. Let's go. Oh ne, oh ne. Hat sich sonst noch Werner-Strike-7 geholt? Nope, ne. Wollen wir mit 3-A-Spieler? Wolfs-Gang. Ich hab keine Ahnung, ich bin letztendlich hier hingegangen. Wolfs-Gang ist dieser Wander-Sink-Gang. Ja, ich bin Wander-Sink. Junge. Der hat geforced. Ah, da. Leute, was soll das hier? Ja, ich bin jetzt hier tot, Leute. Warum haben wir 3-A-Spieler? Ja, warum habt ihr 3-A-Spieler? What the fuck? Ja, ich bin ja da hier in Deck-Baba. Ich glaub die Bombe haben. Einer hat auf jeden Fall noch Hits. Und hat auch Waffe. Pablo Escobar. Ja, der andere. Tschüss. Easy, Leute. Das war natürlich kalkuliert. Unser Main-Player Freddy-Lin. Ich hab die. Warum ist der der Main? Willst du die haben, Freddy? Warum bin ich der Main-Player? Ja. Du bist der Main-Player. Ja, du bist gerade gederankt, meiner Meinung. Warum ist er der Main-Player gerade in der Runde gewesen? Kai-Jong, ich hab ihn gerade so benannt. Nein! Du bist ein schlechter Kommentator. Direkt der? Und da kommen wir jetzt schon zu der Tatsache von Kai, dass ich ein schlechter Kommentator sei. Ja, aber wir wissen alle... Das ist Kai Tatsache, das ist eine Aussage. Okay, dann stellt Kai in dem Fall zurück und macht die Aussage wieder schlechter von ihm. Nein, du hast gesagt, da kommt die Tatsache von Kai. Also hast du mich jetzt wieder besser geredet? Nee, jetzt hast du mich besser geredet, als ich eigentlich bin mit meiner Rolle aktuell. Ich bin blind. Nein, ich werd nicht meine Schnauze halten. Das ist mein Job als Kommentator. Hab den dahinten angeschossen. Und du hast ihn gefehlt, Freddy. Uh. Ich hab ein Double-Nate-Kill gemacht. Du hast... LOLL! Oh, das hab ich gesehen. Das ist sogar auf Kamera, Freddy. Wo ist denn der? Papa hat einer gechillt. Da hat einer gechillt. Macht er da wieder? Ja, macht er. Oh, die Menschen. Alter, warum hör ich mich doppelt? Alter, warum hör ich mich doppelt? Hallo. Hallo. Ich hör mich auch doppelt. Hallo. Das kam jetzt nicht doppelt. Seht ihr das? Das ist Freddy, der Wikinger. Ja, das sieht voll geil aus. Kannst mir das schenken. Ja, mach ich. Soll ich noch was dazu malen? Ja, du musst so ein komplettes Wikinger-Land. Nein, mach so ein Wikinger-Schiff. Ja, so ein Wikinger-Schiff, wo ich draufstehe. Und da hinten drin sitzt ihr dann so. Und dann sind wir so die Wikinger-Crew. Ja. Wir machen einfach so ein Clan auf die Wikinger-Crew. Ich bin Freddy, sein erster Kommandant, was ich nach ihm den meisten warten. Ja, WP hat eine Hit. Junge. Ja, WP kommt wahrscheinlich nicht mehr raus. Du bist der Koch. Ja, Schiffs-Koch geht auch. Aber Dropper waren zwei Granaten. Oh Gott, noch einer. Oh, der hat dann... 83 hab ich dem gegeben. Oh je. Aber Lars macht das noch verloren. Das ist eigentlich ne Bison-Map. Ja, das ist 14 AP, das reicht aus. Also die Aave ist low. Du kannst die jetzt wegpushen theoretisch. Pablo Escobar musst du noch wegmachen, bitte. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Oh nee. War das nicht der Typ, der sich aus dem Knast rausgebuddelt hat? Nein. Das ist Pablo Escobar. Hast du nicht ein Arkhaus gesehen? Pablo Escobar war vom Medellin-Kartell. Ja, aber der war doch auch ein Drogenbaron. Der hat sich nicht aus dem Knast rei gebuddelt. Der hatte quasi seinen eigenen Knast. Der hat für seinen eigenen Knast gebaut. Nein, aber es gab doch den einen Drogenbaron da in Mexiko, der sich aus dem Knast rausgebuddelt hat. Ja, deine Mutter. Ja, und dann hat die ihre Beine verloren. Die hat die als Schippe benutzt. Also hat deine Mutter jetzt echt keine Beine? Nein, hat die nicht. Die hat echt keine Beine. Lol. Warte wirklich. Nein, die hat keine Beine. Nein, die hat keine Beine. Wegen einem Unfall oder einfach? Hat keine Beine. Nein, die hat die auf einer Baustelle verloren. Was? Und deswegen benutze ich das immer als Metapher, dass die die in der Schippe waren. Nein, ich verarsch dich grad sowas von der Handball. Junge. Ich hab das aber auch geglaubt. Ja. 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 Pusht mal nicht so lange. Ja, dann ist er raus. Ja, dann. Lol. Ich mach den Bond für mich, Leute. Ich hab jetzt noch zwei Lebenszeit. Ich hab jetzt noch Ichi gezeichnet. Was? Ichi. Hier. Wo? Lang ist was, lang ist was. Ich mit dem Schild. Das ist so. Ja. 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 A ist der. Kannst du mir das bitte auch schenken. A ist einer auf jeden Fall. Ich mach das noch fertig. Warte, warte, warte. Pass auf, der kommt von unten hoch. Okay, der richtig zum Kochbuchbeitrag. Kochbuchbeitrag? Ne. Letzter. Ey, was? Mann. Ah, Onsport. Ich hab gesagt beide A. Der hat keinen Hit von mir. Der ist Onsport. Der hat nen Hit. Moi. Nein, warte. Das war der andere. Der ist Wood, der ist Wood. Ja, ich hab ihn gesehen. Der war rechts. Ja, aber Wood ist groß. Ich hab A-Hitled auch nicht. Let's defuse. Hast du nen Kit? Ja. Ja, hab ich. Ich bin Profi. Ich bin richtiger Profi. Ohne Bombe geht trotzdem hoch. Einfach so is game. Das wärs jetzt so gewesen, wenn die jetzt trotzdem hochgegangen wären. Ich muss kurz gucken, dass die Aufnahme wirklich läuft. Ja, sie läuft. Alles easy, Jungs. Alles easy, Jungs. Ole. 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 Wärst du so lieb und würdest du mir ne M4 legen? Ich bin der Typ, der duckt. Der sich duckt. Du willst ne M4? Ich weiß nicht, ob du die Schuhe dafür anhast. Boah. Ja, Kai, das ist mein Main. Ich treu dir sehr ungern. Natürlich kritisch. Achso. Egoi. Wer die... Du willst nicht zufällig Dropper übernehmen, oder? Nein. Ich kann dir gerne helfen, aber nein. Ich kann mir gleich der Bison holen nächste Runde. Aber ich hab ne A-Wes. Wenn ich die A-Wes hab, bin ich nicht... Fah! Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Wenn der runter springt, hab ich den. Luca, die haben mich absolut rausgenommen. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ja, du bist auf A. Ich bin der. Bis oben. Lang kommt, lang kommt. Soll ich auf B? Soll ich durchpushen, B? Schön. Soll ich auf A bleiben oder auf B gehen? Ja, bleib A. Bleib A. Warum geht jetzt Lars auf A? Soll ich nur kurz zocken. Ich weiß nicht, wo ich die Ecke habe. Dropper ist noch was. Fails nicht, fails nicht. Da sind noch zwei. Lang kommt. Ja, ich kopp. Bleib auf lang. Ja, als ob der genau in dem Moment. Zwei kommen auf A. Ja, ist noch G mehr A. Mann ey, ich mach noch den Bond fertig. Lang aimed. Da hast du aber Death auf A. Du kannst auch sagen, wenn du weißt, dass die A kommt. Da ist was. Ja, da sind zwei Leute bei Wurz. Da ist Onspot, also schon. Hab lang. Ah fuck ja. War zu schnell. Onspot. Zwei. Also eine auf jeden Fall. Aber die zweite Seite auch noch draußen. Dritte, keine Ahnung wo. Alter, oh, Alter hab ich. Alter, Alter. Alter. Er ist in Fack. Da war einer bei mir drin. Der geht hoch zum Balken und links zu dir einer. Die hat dich nicht getroffen. Nein. Bumme, wir sind. Ah, renn. Ich kann jetzt dich auch mal übernehmen, wenn du willst raus. Ja. Übernimm mal bitte einer mal A lang. A lang. Oh, da. Ja, dann übernehme ich A lang. Nee, ich übernehme das. A lang mag ich mehr. Lass dich B lang machen. Ja. A lang, A lang, lass A lang einfach Q gang nennen. Dann haben wir nur einen lang. Q gang. Let's go. Ja, das ist doch früher... War wie bei Schweinheim, oder? Nee, da gab's früher, glaub ich, immer mehr. Es kommt so'n Cruise-Zone, glaub ich. Nice. Früher. Einer sollte aber... Ja, Dropper. Oh Mann, ey, wieder ne Scheiß-Stelle. Warte, was mach ich hier jetzt eigentlich? Uwe, uwe. Wo war der? Wo war der? Als ob der mir so nen Kopfschuss... 71 hab ich dem... Also ich hab jetzt noch, äh... Ich hab hier oben jetzt Lars gezeichnet. Hier oben im Ausguck. Ichi. Freddy. Adam. Warte. Warte. Kiste Guck, das bin ich. Ja, lass da unten, äh... Warte, warte. Du warst auch Scam aufm Arm stehen. Ja, okay. Wer ist das da unter, Lars? Oh, komm. Ichi. Das ist meine ich. Warte, wer von denen, was du warst, warst du der ganz links? Ich hab noch nix gemacht, weil ich nicht wusste, weil ich zu mir malen soll. Wer sind dann die anderen beiden? Das heißt, das ist die Galionsfigur. Ach so, das ist die Galionsfigur. Das ist die Galionsfigur. Einer ist so gut. Hat Half-Life. Du musst da einfach rein. Nein, das stimmt nicht. Wir können es doch... Ich kann es doch Wikinger heute malen. Warum... Warum klausst du mir meine Mainwaffe? Was? Kai, du sollst noch mal zeigen. Die M4. Was soll ich? Ich hab... Ich hab... Moment. Warte, soweit ich gleich tot bin. Ja, dann lebe ich aber noch. Das war jetzt gemein. Ja, jetzt mach mal. Aber wahr. Jetzt zeig noch mal rein. Wir haben noch drei Sekunden. Ichi, Lars, Freddy, Galionsfigur, Adam. Mit Kiste, Guck und Scam auf dem Arm. Ja, aber warum bin ich nicht im Boot? Ja, weil da kein Platz mehr war. Das meinte, warum ich ihn ausguck jetzt mal, Alter. Bei im Boot war kein Platz mehr. Du würdest mir das nicht snappen, Kai, oder? Ja, kann ich dann nicht, oder? Ja, kann ich dann nicht, oder? Alter, der Typ. Ja, stimmt. Oh, der ist schon unten drin im Dropper. Pass auf, der ist gut. Ja, Bombe ist oben beim Dropper. Ui. War ne Diegel-Schelle. Ja. Aber keine Ahnung, wo könnte ich mich denn noch hinmalen dann? Soll ich hier irgendwie so... Da so... Du könntest auch zum Koch kommen. Äh, was? Ich geh da unten irgendwo hin. Nein, mach unten so'n Steg, wo ich dann draufstehe, und du bist dann auch auf dem Steg. Ja, ja, aber erst mal richtig. Du konntest ja grad die Kisten aufladen. Eben bleiben. Okay. Genau. Ich mach mal gleich noch was zu essen, dass ich mir den auch gekriegt würde. Bei dir? Lars, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja. Ja, ich wusste nicht. Du hast nichts gesagt. Mann. Wo war der? Freddy, nicht auf. Nein! Was ist das? Was ist das? Hör mal um 18 zu 7! Wiesan! Ich hab mich hier gekratzt, Junge. Du hast gepopelt, du hast richtig'n Gellow rausgezogen. Ich hab mich hier gekratzt. Du hast ja richtig'n Gellow rausgezogen. Ey, ey. Mann, ey. Ganz im Ernst, Sione. Ich bin ins Zweifelschein. Ich guck gleich wie dann mit deinem dick in der Nase rum ... Äh, komm. Das sagst du jetzt. Okay Lars gib mir mal ne Bison. Forsen. Lars! Wir verkackten es immer auf A irgendwie. Dropper ist ein B. Ja, dropper ist bisher immer ganz gut gekommen. Stimmt. Ja, A da lang irgendwie. Ist ein bisschen problematisch. Äh, Bombe ist A. Fernkampf Bison. Der B lang. B lang ist AWP. Dropper ist gedroppt. Was ist denn? Hölle, ich hab den Zehmer nicht gleich getroffen. Da kam noch Blut. Fuck! Oh, Entschuldigung. Nein, ich wollte neifen und du schießt mich um. Ja, ich hab auf den Typen geschossen. Du bist da reingerannt. Will dieses Video. Oh fuck. Wo ist der letzte denn? Weiß ich nicht. Knopper ist er nicht. Der könnte um ein Märchen Tower stehen. Nein, 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 nein. Ist nicht der... Oh, ich war drauf. Ich hätte schießen sollen. Wo war der? Mir hat der voll geleckt. Der war bei den. Der liegt hinter dem Springbrunner. Oder links vom Springbrunnen. Vor dir. Der hat ne Aber. Der könnte oben im Tower kommen. Oder da unten. Der ist vor dir. Alter, lecker. Alter, lecker. Der hat 2.000 Stunden im CS und hat nur ein Spiel. Er will ne Awe haben. Du kannst mir gehen. Oder Edgy. Der hat 2.000 Stunden und nur ein Spiel. Nein, hier das Wildschwein. Hier, gib mir mal nur... Hier, ne Bison bitte. Er ist nass. Also Edgy ist zumal kein Wildschwein. Der ist ein Pimmelkopf. Ja, kennst du das Bild nicht? Pass auf, der packt gleich die Durbe. Rett das aus, Freddy. Das kann passieren. Das kann passieren. Das ist kritisch. Flashbang. Ich glaub, die pushen. Oh, sorry. Ach, Edgy. Ich hab jetzt... Oh, shit. Instant Headshot. Ich glaub, der hat wohl auch gewechselt. Wieder. Okay, einer kommt rein. Könnte durch die Dörfer schon einer durch sein? Ja, Dropper. Dropper ist. Da hab ich grad was gehört in der Richtung. Dropper war Dropper. Ja, Dropper. Ja, muss ich nicht rein. Das hat mir richtige Waffen. Der Weg. Da liegt der Bison. Oh, die Ecke. Ich lange da gewartet. Will irgendwer M4A1S gegen M4A4 tauschen? Ja. Kann ich überhaupt eine kaufen? Ich kann nämlich gar keine M4A1S spielen. Könnt gegen Farmers tauschen, aber... Na, ich hasse die. Ja, gerne. Ist definitiv besser. Wieso laufen jetzt eigentlich diese Runden? Oder wieso spielen wir gegen Silber, ist die Frage. Nein, da war einer mit dem höheren Ring dabei. Irgendeiner wird da eben wahrscheinlich EE oder so gewesen sein. Deploying, flashbang. War noch kein Plan, wie ich mich da unten hinzeichnen soll. Genau. Mach im Bootsteg, wo ich mit hier draufstehe. Ja, aber was hab ich für ne Rolle. Also, Ichi ist der Krieger. Alter, hat der wen... Ich verschieb auf A. Ich verschieb auf A. Ich verschieb auf A. Mal dich mit ner Karte und so ner Feder hin. So ner Schreibfeder. Ja! Und so nem Badenhut. Auch mit ner Feder dran. Du bist der Bader. Den Kill hab ich bis jetzt drüben gehört. Ja! 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 Ich mach auch mit dir wieder aktiv in T-Kil. Was du gesagt? Scam-Scam-Scam-Skill. Bei wem? Bei wem? Äh... Skin-Skill. Warum höre ich mich doppelt?! Ich höre mich auch gerade doppelt. Ja, weil ich den Block dahin lege. Hört ihr euch doppelt. Luca bleibt mal auf A. Ich bleibt mal auf A. Tf-B... Nein! Blei auf A! War zu Kai, dann könntest du mir jetzt mal das Bild snappen, oder? Warte. Warte. Freitanzeichen. Haltet mal euren Mund. Wunderschön. Good job. Der ist mit dir. Nein! Nein! Jetzt hast du auch hier gesnackt. DJ Bobo. Die liegt da. Also ich hab gedacht, weil keiner noch keine Waffe hatte. Wir hatten außerdem eine AUD gekauft. So, ich hab gedacht, weil du die weggehörst und brauchst nicht das jetzt zu Nein geschrien. Nein, ich hab Nein geschrien, weil ich die gebraucht hab. Wenn wir um solche Nein-Schein noch so ne Scheiße wegwerfen. Oh, da hinten. Da hinten. Ich verschieb schon mal. Oh ja, Keize. Ganz hinten. Ganz hinten. Das stimmt ja. Schulterpeak. Ganz hinten durch. Fuck, der ist ja schon voll da. Da hinten war noch einer. Nein, das war Voltage. Okay. Natürlich, natürlich. Nein! Hi. Godfuck Kai. Der wär eh gestorben. Der wär eh gestorben. Der wär eh gestorben. Der wär eh gestorben. Ja, das stimmt. Aber du hast einfach den Weg gekillt. Das war lustig. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Nein. Der hat nur noch Hälfte HP. Oh oh. Kai hat die Bombe bei sich. Was ist das? Ich bin da drinnen. Ich bin da drinnen. Ich bin da drinnen. Du hast ihn gesehen. A lang gehen. Oder B lang. Wo ich die ganze Zeit war. Dann geh ich in den Dropper. Ich geh die ganze Zeit in den Dropper. Oder geh du in den Dropper. Wo warst du denn die ganze Zeit? Da wo du eben warst. Ja, du machst dann den Zweifeldropper, der auch auf Langlexeln kann. Ja, aber ich bleib aber dann. Okay. Hä? Ja, okay. Egal. Was für ein Popper? Meister Popper. Ich bleib einfach am großen Stein stehen. Fuck. Okay. DZQ. Verdammt, da ist der Flame. Ich kann jetzt Dropper nicht decken. Throwing fire. Kannst du den Dropper reingucken? Das ist Smoke. Die haben mich rausgesmoked. Klammen kommen durch Wände. Ah, er könnte durch sein. Kugeln gehen durch Köpfe. Hab ihn. Ah, ich hab auch einen oben am Dropper. Ja, er unten. Ist gut. Da sind auf jeden Fall noch Steps vor Dropper oder Long. Ja. Ich bleib einfach mal in der Mitte, sodass ich schnell irgendwo hin verschieben kann. Da liegt nichts, was ich aufzummen kann. Okay. Okay, gut. Das ist so anstrengend, die ganze Zeit irgendwas abzu-aim. Ja. Ey, warum verschiebt den Orange jetzt? Ich dachte, der wär hier. Der vorletzte auch noch. Ja, da war einer. Der ist A-Fahr. Wow. Der ist von A weggegangen jetzt. LOL. Wo steht der? Ganz hinten in der Ecke. Ja. Hä? Wie kann ich den grad nicht im Kopf gegeben haben? Was sich gerade gewundert hat. Er zieht einfach um. Ich hab halt nicht gestappt. Ja, bei mir auch. Er zieht halt um. Also, ich hab gestappt. Und deswegen hat der Hunger zurück. Er schleicht da hoch von meinem Abruhen. Moin. Ja, moin, Leute. Wer hat noch den DJ Bobo? Ja, gib den mir. Ja, sag das doch früher. Sagst du nur DJ Bobo. Oder so. Ach, dann halt ich keinen. Hä? Was ist denn mit meiner M4? Achso, willst du es doch haben? Nein. Ich hab gedacht, du willst die M4 90 haben. Ich hab einfach irgendwie schnell was gekauft. So. Okay. Oh Gott. Hey, der ist schon da. What the fuck? Ich glaub er ist raus, Adam, ne? Ah, Onspot schon irgendwo. Ich hab Bombe. Oh Gott. Nein, das bin ich. Ah, da steht er in der Ecke. In der Ecke. Er ist mit dem Hauptbewegung. Okay, Hubdropper. Alter, der hat mich gerade erschocken, Alter. Deploying Flashbang. Wo sind die? Weiß ich nicht. Die Bombe ist auf jeden Fall bei mir. Vor Long. Noch einer. Der letzte ist vor Long gewesen. Vor Long oder vor... Also B oder A? Der vor Q Gang. Hätte auf jeden Fall ne AK gehabt. Aber Bombe ist down. Ja, Bombe ist bei mir. Na gut, dann wird er da nicht mehr sein. Der ist hier oben bei mir. Der hat Hits. 40. Er ist runter. Hm? Kann man da durch die Wände durchschießen? Ja, da kann man durchschießen. Durch welche Wände? Mit AWP, durch die hier. Achso. Der ist hier oben. Der ist hier oben. Wenn du Renn da verhindernst, dann sind wir hier oben. Die Nerven. Guckuckuck. Lock'n'load. Lock'n'load. Bam 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 Bam. Der zweite Star Wars Film ist ja jetzt auf Netflix, Alter. Ah, was dauers, Macher? Natürlich, Mann. Er springt. Hast du den gerade nicht gesehen? Nein. Ich war geblendet. Komplett. Ich war auch bei dir drauf. War blind, aber ich hab ihn trotzdem noch gesehen. Die Umrisse. Ah, Wolf. Ja. Die Bombe ist bei mir aus. Hinten am Ende. Ah, der versucht sich da das wegzusehen. Ah, bei links. Oh, der kam in der Droppe. Da ist jetzt einer am Dropper drin. Der holt sich jetzt die Bombe im Stoff A. Der holt sich jetzt die Bombe im Stoff A. Der B ist noch was. Rechts von dir. Da ist noch der andere. Der andere ist hinterm vorn. Der ist noch der andere. Der andere ist hinterm vorn. Egal. Jürgen, du bist jetzt fertig. He als Smoke. Hier unten habe ich... Das bin ich jetzt. Du bist ja ein Pirat. Ja. Aber guck mal, ich habe so ein... Ich liebe KFC. Das sieht man noch ganz leicht unter dem Mantel. Ich habe mir gedacht, ich bin wie Batman. Ich verkörper meine Angst. Also KFC? Hast du Angst vor Höhenchen? Nein, nein. Nein, nein. Piraten. Piraten sind krass. Hast du Angst vor Piraten? Ach so. Alter, wenn dich eine Pirat... Also so richtiges Pirat-Mannschaft mitnehmen würde, hättest du dann Angst? Ja, oder? Neuzeit-Piraten? Warum? Ach so, ja. So lange mit einem Piraten hätte ich keinen Bock drauf. Weil Neuzeit-Geraten, das sind wir ja gerade genau aktuell in dieser Rolle. Wie könnte das kein Headshot sein? 28 in 2. Manchmal traf ich das nicht. Warte, der war hinter mir. Gas den mal um, bitte. Die anderen werden jetzt von... Nee, schieben, Luca. Einer könnte von hinten kommen. Ist für Wood gelegt. Oh, ist den gefährlich. Nein, der hat... Ja, er hat für Wood gelegt. Wenn wir da hinstellen, würde ich keiner erwarten. Mitten auf dem Truck. Ja, von unten. Ja, von unten. Scheiße. Wollte ich gerade sagen, der wusste einfach echt gut. Er hat mich gesehen. Boah. Das ist wie Kirmes-Schießen. Ja. Hier kommen die Köpfe auf einmal hoch. Ja, aber irgendwie... So, treff da endlich mal. Es geht... Äh, Adam! Ups. Scheiße, Freddy. Ja, hier. Ja, kann ich auch. Ich seh dich. So, jetzt Mac-Ten und dann einfach reinrushen auf A. Kommt, Leute. Bison is it. A-K. A-K. Ten Neon Rider. A-K. Jetzt macht Lars von der Bison kaputt. Jetzt nicht auch die Mac-Ten. A-K. 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 A-A-B. B-D-A. A-B. A-B. C-A-A-A. T-A-A. A-A-B. T-A-C-H-I-A-I-T. D-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ten Wyvia-Aufnahmen, ds kein Ton dabei 35, 69, 80 Wir nehmen den ganzen Scheiss grade auf nur so Das können wir bald mal unsere... Wunde sowon ich hab dich gerecht, Frederic er hat den da'n gegessen, mann ich hab alles upgecheckt um da wäre er noch zu sehen Und da Strich Ach! Nach 5% Dann beginnt Du hast's so Beklistert Von wo? Mitte Am Tor Von rechts Und vor Nein! Da war mein Mauskett zu Ende Kai, oh, hübsche Boxer schon Ja, wenn meine Tastaturen halten... Kai, hübsche Boxer schon Die ist echt geil, ne? Nöt, wenn da vorne alles rausguckt Was? Das war jetzt alles auf Aufnahme War aber nicht so Nein, doch Mach die Knöpfe bitte zu Danke Wir sind zu Ja, ich hab dich auch gescabt Aber du hast nachgeguckt Da hattest du kurz Schiss gehabt Ja, warum Schiss? Le Scher, dass ich für sein Glied Ja, wenn der den auf Aufnahme hat Deswegen, ich nehm hier grad auf Und mein Kai seinen Penis hängt raus Ja, wenn der so... Es geht darum, wieder da sitzt du Adam nimmt hier für vorne auf Wenn der so enorm lang ist Solange meine Hände nach oben sind Kommt doch nicht so wie bei Ichi unterm Tisch Ist doch alles gut Ey, meine Hände sind nicht unterm Tisch Super Super Ich hab meine Tastatur Ich hab meine Tastatur Ich seh wie deine... Anfanget Man, der hat diesen rausgefrischt Ausgefrischt Da ist der Ah, das Party bei Lang Das, ich weiß, was ne Minimap ist Okay Unverpissed Grün gehen wir da weg Grün gehen wir da weg Grün gehen wir da weg Easy Easy Wo ist der letzte? Genau Hat die irgendwo wild geflückt und dann da hingebracht? Ja Geflückt Ja, geflückt Ja, geflückt Warst du nie auf ner Farm? Hast du Gabe mal gesehen? Der pflückt immer bei KFC Ja Ja, der pflückt ja ganz andere Sachen Weck die richtig weg Lukas Marm zum Beispiel Wenn du ganz kämpfst Die Maul In die Frikteuse schmeißen Dann kriegst du einen Hut Ich mach keine Witze über deine Marm Weil die kann ja noch nicht mal weglaufen Ja, deswegen pflückt ja die auch nicht Die ist schon gefarmt Ja, die benutzt ihre Beine als Schaufel Ich muss da auch passen Boah, Alter Was geht denn bei ihm auf einmal ab? Ja, planten, oder? Ey, aber weißt du, das Problem mit Elif seiner Mutter ist halt Die macht halt selber so witzig Einfach mal reporten Just for the old Das ist ne Witze Lukas Mutter macht einfach witzig über sie selber Nein, nein, nein Wie sie irgendwo herwartet Hey, ich bin so ne Fanze Halt die Fresse Du Cape Ey, zu dem Arm bei deiner Mutter Wie es da auf den Strich läuft Ja, Luka Luka Luka, wenn deine Mutter fickst du voll zum Wichsen, ne? So, weil das ist ja Ritter Was? Mit Wichs gegen Karolikäber Kloppern Kloppern Oh, Colby Halt Ich dachte ja schon erst, du triffst den gar nicht Ich hab gedacht, meine Granate fliegt auf einmal wieder weg Weil der die im selben Moment geworfen war Der hat einfach so Antigravitation Der hat einfach so ein Antigravitationstack Die werden einfach so weggeschleudert wie so Kometen Ja, der Typ hat im selben Moment die Granate geworfen Und auf einmal, sehe ich so, wie meine Granate reinfliegt Verschwindet auf einmal fliegt er ne Granate weg Alter, was war grad bei Kai los? Wenn du what the fuck Kai, das Bild hat bei mir gerade voll gehandelt Ich hab jetzt mal gesucht die Schuhe oder so Ja, ich hab grad N2LK im Spiel Kai hat den Schlaganfall Das war nicht das Bild Das war nicht das Bild Ich hatte immer zu rennstig Wer blänt denn? Wir sind wirklich gerade bei der Dauerfläche, Alter Alter, die gehen ja alle unten lang Was sind die alle unten? Ja, da liegen zwei Tote und zwei lebende Und Lars ist kacke Mann Alter, DZQ Jetzt reicht's mir langsam Ich krieg jede Runde von denen die Diegel schellet Lantet mal Warum ist die Bombe denn da aus? Durch die Wand, easy Warte, was? Du kannst doch durch die Wand killen Ich hab einfach abgepasst Wo der Typ chillt Wo ist denn die Bombe down? Na hinten vor A Na easy Pass auf, da ist äh Warum? Kai, hör auf mit der Scheiße Ja, wenn ich jetzt wegen dir einen Wack-Bahn kriege, ne? Kriegst du ja nicht Kau ich dir einen neuen Dann kannst du mir einen neuen kompletten Kannst du mir einen kompletten neuen Steam-Account geben Ja, fang Ja, fang Ey, dem 1 auf du direkt gebannt wirst Ja, doch, doch Pizza mit Wassermelone Bah, was bin ich denn ein krankes Schwein? Was für Pizza mit Wassermelone? Ich mach keinen Anlass auf Pizza, ich mach dir Wassermelone drauf Nicht, nein, du skämst Doch! Ich mach dir noch Ich mach dir noch Ich mach dir noch